In der Brasilie Kaffeebar im hessischen Hanau kommen Kaffee-Liebhaber voll auf ihre Kosten. Das familienfreundliche Lokal am Freiheitsplatz bietet seinen Kunden bereits seit 2002 eine unglaubliche Vielfalt an köstlichen Getränken. Wählen Sie zwischen 46 Wackers Kaffeesorten und 50 Teemischungen der Marke Ronnefeld und entdecken Sie, was wahrer Genuss bedeutet. In absoluter Wohlfühlatmosphäre können Sie sich hier montags bis samstags von der hohen Qualität der Produkte überzeugen. Neben Klassikern wie Espresso und Cappuccino hat die engagierte Inhaberin Juliane Schmidt oft Überraschungen für ihre Gäste parat. So auch die Eigenkreation Granita, ein leckeres sommerliches Kaffee-Erfrischungsgetränk. Ob Sie nun bei einem cremigen Macchiato mit passender Leckerei verweilen oder Ihre Lieblingssorte mitnehmen möchten, das sympathische Team berät Sie gerne. Brasini Kaffeebar – schmecken Sie die Leidenschaft!